Willkommen zu einem weiteren Video über Paraguay. Ich habe einige Videos, ich glaube elf Videos auf Deutsch schon gemacht über Paraguay und jetzt möchte ich noch eins machen. Ich habe verschiedene Fragen, die ich mir gestellt habe und worauf ich dann auch die Antwort gefunden habe in Bezug auf Paraguay. Zum Beispiel vergleiche ich Teneriffa mit Paraguay, ist ähnliches Klima, also subtropikal. Und ich habe gesehen, dass die Mangobäume hier nicht höher als 2, 3 Meter wachsen. Und bei uns auf dem Grundzug, aber nicht nur bei uns, auch auf der Straße, man findet Mangobäume auch auf dem Bürgersteig, die nicht im Hof der Personen stehen, sondern auf dem Bürgersteig habe ich einige Mangobäume gesehen. Und ich schätze sie auf 10, 12 Meter, also 3, 4 mal höher wachsen die Mangobäume in Paraguay im Vergleich zu denen von Teneriffa. Ich habe mich gefragt und habe eine Antwort gefunden. Es hängt mit der Erde zusammen, also wie fruchtbar die Erde ist, aber auch mit der Quantität von Regen. Also in Paraguay regnet es viel mehr als auf Teneriffa und der Regen ist Segen. Andere sagten, naja, sie werden gekürzt, damit sie nicht wachsen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die einen Mangobaum aus Venezuela gebracht haben. Und hier ist es schon seit 30 Jahren, die haben es mir gezeigt. Ich habe da ein Klavier gestimmt und die hatten es im Hof. Und es war nicht höher, also auch 2,5 Meter höchstens, also nicht höher als das. Das ist also eine der Fragen, die ich mir gestellt habe und worauf ich eine Antwort gefunden habe. Und unser Hauptgrund, warum wir dort hinziehen, ist, weil wir auf dem Land wohnen wollen und hauptsächlich uns aus der Erde ernähren wollen. Also wir essen sehr viel Obst und Gemüse. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir da hinziehen. Gestern hat mich ein Mann kontaktiert, der auch von Teneriffa nach Paraguay umzieht. Er ist jetzt auf der Zwischenstation in Panama. Und er hat mir so geschrieben, Wow, der Umzug jetzt wahrscheinlich aus den gleichen Gründen wie bei mir. Die EU ist voll auf dem Totalitarismuszug. Und auch der Krieg könnte sich ausweiten. Das sind genau die Worte, die er mir gestern geschrieben hat. Er hat hier ein bisschen weiter zwischen hier und wo ich wohne gewohnt. Jetzt im Mai zieht er nach Paraguay von Panama aus und ich warte noch einen Monat ungefähr, bis ich nach Paraguay komme. Dann werden die Videos vom Obstwald gemacht werden. Hier ist es auch sehr schön, kann man nichts sagen. Aber in Europa werden schlimme Zeiten erwartet. Ich habe verschiedene Nachrichten gelesen, zum Beispiel uncutnews.ch oder sowas. Es gibt Kanäle, wo man sehr viele Nachrichten bekommt, die nicht in den Nachrichten vom Fernsehen oder von den Zeitungen stehen. Im Internet findet man vieles, was nicht so vertrieben wird. Die meisten Leute bekommen es nicht mit. Aber es wird noch schlimmer kommen. Das ist auch der Grund, warum wir umziehen, weil es auch in Europa und nicht nur Europa schlimmere Zeiten kommen werden. Also Paraguay ist weiter zurück, auch mit diesem 5G. Ja, also bis 2024, habe ich gelesen, wird 5G nicht installiert. Also wir haben noch zwei Jahre Ruhe dort von diesem 5G. Es hat auch positive Seiten, kann man nicht bestreiten. Aber es hat auch viel Negativen. Für uns Menschen sind die Strahlen zu stark. 5G ist auch nicht sehr gut für uns. Bevor ich dieses Video beende, möchte ich dann noch eine Nachricht bringen, die ich gestern gesehen habe. Und zwar, das ist ein kurzes Video, wo man zeigt, wie die Panzer per Zug über Polen in die Ukraine gebracht werden. Ich lese mal kurz daraus. Es steht hier so. Akute Kriegsgefahr. Außenministerin Baerbock kündigte in vergangenen Tagen an, schwere Wachen an das Regime in Kiew liefern zu wollen, ohne darauf konkret einzugehen. Ein Informant aus Polen übermittelte uns heute diese Aufnahmen. Das ist also ein Zug, wo die Panzer drauf sind, in Richtung Ukraine. Das Video zeigt einen Zug mit deutschen Panzern und Panzerhaubitzen auf dem Weg in die Ukraine. Unsere russischen Kontakte warnen. Sollte dieses Kriegsgerät tatsächlich dort ankommen, wird die russische Regierung Deutschland als Kombatanten, sprich als Kriegsteilnehmer betrachten. Die meisten schauen mal dahin mit dem Krieg und was daraus werden könnte. Und ich schätze, dass wir in Paraguay davon bewahrt werden. Ich meine, so weit wird es nicht kommen. Außerdem, Paraguay ist so ein Land, das ist ja fast vergessen. Ich schätze, dass wir da in Paraguay viel besser aufbewahrt werden von solchen Nachrichten, die nicht angenehm sind. Das war es jetzt für dieses Video. Ich wünsche allen die beste Entscheidung für diejenigen, die nach Paraguay kommen wollen. Also ich werde bald Videos von dort machen. Dann gebe ich mir Einzelheiten direkt von vor Ort. Bis dahin, alles Gute. Und ich wünsche allen die beste Entscheidung in Bezug auf wohin, für diejenigen, die auswandern wollen. Ich bitte auch um ein Abo. Wer mehrere Videos von mir sehen will, ich mache gerne Videos und werde immer mehr Videos machen. Deshalb danke ich auch für das Abonnent hier bei YouTube. Alles Gute und ein besseres Leben wünsche ich allen.